Wir sind hier beim Vienna City Marathon 2015 und bereiten uns gerade auf den Start vor. Natürlich haben wir Lauftraining gemacht, damit wir die Marathondistanz bzw. den Halbmarathon auch schaffen. Und doch ist für uns alle klar, es braucht im Leben und auch im Sport mehr als bloß körperliche Fitness. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Und diese Liebe, und dass er wieder auferstanden ist, gibt mir Kraft, in meinem Leben auch Grenzen zu sprengen. Und darum läuft es für mich mit Jesus besser. Bei mir ist es so, als ich Jesus erfahren habe in meinem Leben, habe ich so wirklich die wahre Freude gehabt, die ich davor nie hatte. Und deswegen kann ich sagen, in meinem Leben läuft es mit Jesus einfach besser. Ich vertraue, dass Jesus der Gott ist, Gott ist, der mich in eine gute Zukunft führt. Und das nimmt mir viele belastende Sorgen. Und deshalb läuft es in meinem Leben und auch im Sport mit Jesus besser. Und für uns alle gilt, mit Jesus läuft es besser. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!